Wow, diese Eisenhinter-Trainings-Videos haben wirklich was gebracht. Und zwei, und drei, und vier Schritte sind zu ihrem Traumkörper näher gekommen. Das kann ich inzwischen sogar im Schlaf. Oh ja, eins, zwei, und drücken! Was soll's, das ist doch sinnlos. Lebe wohl, Bargeld! Drücken! Lebe wohl, Bargeld! Oh nein, bloß gern Eisenhintern! Wrestle Camp! Als ob wir unser ganzes schönes Geld für dieses... Wrestle Camp! Wrestle Camp! Wrestle Camp! Wrestle Camp! Das Wrestle Camp soll es sein! Dann